So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 4-3 und wir machen weiter. Ich glaube, das wird jetzt das grande Finale. Grande Finale? Boah, ich muss dringend ins Bett, man. Okay, hier können wir... Alter, what the fuck. Okay, ich muss in das Ding rein. Ne, nehm das zu zwei. Okay, der hat auch Auto-Aim. Da drüben ist noch so ein Teil. Nein, 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 die Typen... Da drüben steht noch so ein Teil, man. Ja, ich weiß, ich brauchte erstmal einen Typen dafür. Aber ich hätte gerne einer dieser Stromdinger, glaube ich, gehabt. Ich glaube, die sind besser gewesen. Hinter dir. Where? Nein, 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 geh vor, geh vor. Okay, durch da. Da sind Dings. Baller auf, da. Ja, mach ich schon. Wo sind die hin? Weg. Da hinten, da hinten, da hinten. Oh. Da ist nur ein dicker gelandet. Ja, 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 ja. Ich sehe es gerade. Oh, der ist uncool, man. Der ist echt uncool. Ich habe mir gerade die Finger verbrannt. Ja, ich auch. Ich glaube, der ist gleich. Der ist gleich. Der brennt schon. Das ist easy peasy hier. Easy peasy. Easy peasy. Achtung, oh. Die verbrennen mir andauernd die Finger. Ich muss kurz weg hier. Dort. Ja, ich muss mich kurz mal wieder. Ich habe gar keine Energie verloren. Ich muss mich erstmal wieder heilen. Ich schieße trotzdem auf die Typen da drüben. Ja. Will ich auch für dich hoffen. Weil die gehen ja easy down. Down? Ja. Jetzt explodier du. Und? Viech. Viech. Und Viech. Da ist. Da ist er. Was? Da ist er. Im Container. Ist er? Sieg im Terminal. Ich habe euch ja alles gesagt. Lasst mich doch in Ruhe. Keine Armacamp? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Was wollt ihr denn? Darf ich? Hm. Das wird ihn umbringen. Das wird ihn umbringen. Der Typ ist wie eine Hülle, Bruder. Ohne Inhalt. Er will nur noch vergessen. All diese Tests. Die Operation. Sie konnten mit Mutter keinen neuen Prototypen erschaffen. Also haben sie es auf künstlichem Wege versucht. Er ist wie wir, Bruder. Oder zumindest wurde er dazu gemacht, wie wir zu sein. Ich bin wegen dir gekommen. Ich bin wegen dir gekommen. Es stimmt, Bruder. Empfängnis. Du musst die dreckige Weine töten, die in ihr heranwächst. Es ist nicht mehr eure Mutter. Das Kind, es muss. Es darf nicht sein, dass es... Grüezi, unsere Mutter. Grüezi, unsere Mutter. Grüezi, unsere Mutter. Ja, das war doch mal ein schönes Spiel, sag ich. WTF, Mann? Das war doch mal ein schönes Spiel. War das jetzt das... Nein, das war noch nicht das ganze Spiel. Doch, das war das ganze Spiel. Wir können auf Fortfahren drücken. Echt? Echt? Ich wollte ihn kalt machen. Ein Messer ins Herz stupsen. Die ganzen Tests kam mir das Gefühl, ein Monster zu sein. Dabei war er das Monster. Da ist es. Hast du Angst vor dem Widerling, oder nicht? Folge mir, wenn du nicht allein hierbleiben willst. Komm schon, beeil dich. Komm schon, beeil dich. Er wartet da drinnen auf uns. Unsere Mutter war nie der Feind. Sie war nur der verlängerte Arm des Teufels. Harlan Wade mag Blutsverband sein, Bruder. Aber er gehörte nie zur Familie. Okay, mich wundert's, dass das jetzt noch weitergeht irgendwie. Mich auch. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Ja. Da wäre ich ja auch für. Dann macht's mal gut, Leute. Tschüss. Tschüss.